Jo, willkommen! Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zuletzt die BRO Force! Hrm! Stretch! Hrm! 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 Ich hab auch grad ein paar Posen gerissen! Okay... Weiß nicht, in der letzten Folge haben wir ein paar Teufel, Satans und so erledigt. Aber schon längst nicht mehr, was hinter dem Spiel da los ist. Irgendwelche dunklen Lüchte... Keine Ahnung... Oh mein Gott, was seid ihr denn? Ich kann euch nicht töten... Hrm... Äh... Ja... Oh, ich kann ja einfach wegspringen... Geil! Geil! So, komm... Ich hab mich da schon tot gesehen... Hä... Na gut... Oh man... So... Und... Er kippt mich da drin nicht... Nein! Letzt auch einer! Boah! Schüss... Hrm! Hrm! Ich hab da nicht einen! Hrm! Hrm! Du machst nix im Moment! Gut... Bist du denn? Wupp! Pfff... Idioten! Hrm! Ich kann euch mit ein Feuer töten... Jaaa... Brodator Brodator Ah, joins the battle Das ist ein Sperrwaff Bone Worm Bone Worm Torcrit for Terror Ich weiß nicht Bone Worm heißen Warte zum Teufel hab ich da gemacht Oh Ich hab genug Worm Ich hab genug Worm Ich Das muss ich schon mal machen Ha, 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 ha Machen wir jetzt hier noch zwei Dinger machen? Sieh! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! Oh, ne, dann, dann! Sieh, das sieht aus, als ob die immer noch weitergeben. Ich glaube, das sieht aus, als ob die immer noch weitergehen. Okay, dann mach. Ich mach dann alles in einen Rutsch. Go, go, go! Wie, das ist kaputt geworden. Hey! Mein Gott! Mein Bro! Nein! 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 Oh nein, 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 nein! Boah! Oh ja, verregt. Oh! 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 Wow! Wir sind eigentlich in Terminator nehmen und zwischen solchen Dingern. Wir sind schon mal ausgerechnet. Und das kann doch mal ein Wunsch sein. Oh! 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 Jetzt im Falle nehmen die Tüten völlig tot die Falle daneben. Da oben auf einem Sternzeichen oder so, also ein Salatzeichen, oder, äh, äh. Fugistisch. Schon nichts anderes. Nein! Ich bring mich auch noch dafür um. Ich bin ich. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, 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 nein. So geht doch, danke. So, das war knapp. Spanner erreicht. So, ich mach mal das hier. Warum haben wir erfahren, er macht ja auch Explosionen, deiner meine ich. Mein Gott, lass mich da hoch. Okay, unnötig wieder ein Leben zu verlieren. Alter. Wo willst du, na? Du blödes Ding, ey. Danke, so habe ich da Jetpack gerade gehabt. Ey, ey, ey. Ist das die letzte Level? Das ist ganz schön lang bis jetzt. Mal sehen. Boah. Oh. 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 War schon knapp, wenn er ein Schwert hat, solche Welle macht. Oh du. du brauchst dass ich nicht lache nein 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 so ein papierboden gut gehen das wieso engel wenn die so hochfliegen mein gott aber warum sind zwei checkpoints hier speedrun ja ich bin nur musikbar muss immer irgend so ein pisser hier nur ein schuss abgeben oder weder nicht hoch und jetzt ich war nicht hoch hey ja ja halt aber das ist nicht voll umfär blöden scheiße ich hier ob manchmal frik aber nicht am anfang dieser bastard die 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 Oh, da, 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 da. Ich bin... Aber das ist schon wieder nicht hoch, oder? Ey, Mann! ooooh ey mann was ist denn da für eine blöde ecke hier wo ich gespawnt werde was ist denn da für eine blöde ecke hier wo ich gespawnt werde vielleicht andere richtung oh mein gott mit einem besiegbar machen aber ich weiß mir einfach nicht auf der reichen terminator oh mein sterben da muss ich machen dafür sorgen hat jeder dinger angreifen keine ahnung er kann jetzt ruhig mal zu ende sein bald nächsten fünf minuten oder so als erstes ich muss mich doch eher beeilen ich komme ja sonst durch mal ruhig ein leben hier irgendwo so kommen das leben sehr gut wir blöden misst ich diese totenkopf sind bis jetzt die nervigsten gegner waren zum spiel wo sind zwischen dingen ja nein noch nicht blöde ding ja und da kommt zwei sich gerade auch nichts geil die stehen direkt auf vorgesehen da kommt eine sekunde schon direkt auf die zur so so verpiss dich oh gott noch ein zweiter oh gott bitte was bitte was was wie soll ich denn das schaffen was kommt ja und da kann die sohn angriff ja das haben vom schwierigkeitskanal ja ein bisschen übertrieben finde ich jetzt warum her aber du bist schon mal weg mal einfach nur wie ein blöder geballert schon wieder ich kann jetzt niemanden freischalten oder so ich dann festgestellt habe hier das was das ist hier schon wieder ein checkpoint da ist wieder ein checkpoint also wenn ich an jeden neuen hier ist bauen würde ich das verstehen aber das ist ja nicht so fangen wir von neu an in den meisten fällen von manchen checkpoint tue ich ja wieder respawn aber trotzdem ich verstehe jetzt nicht warum die so verteilt sind so großzügig oder deshalb wer mal mit mehreren spielt oh hi satan lord of terror auch schon wieder an mein gott mein gott oh das ist mir echt ein leben ja glaube ich irgendwie nicht das ist mir echt ein leben ach schafft er noch mal an das hat welchen hat verlieren ja und schon seiner final boss aus das ist mir immer wieder ein leben mein gott echt wir sagen ich muss sich schon zeigen hier ich muss sich schon zeigen hier ich muss sich schon zeigen hier 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 das hier 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 Leben, aber komm mal runter. Irgendwie tut's hier nix. Ich hab den so viel abgezogen auf einmal. Ich glaub ich sollte ihn gar nicht so viel abziehen. Kommst du mal wieder? Hallo? 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 Wissen wir? Geht weiter nach unten eben. Geht gleich nicht mehr weiter nach unten. Also was ist denn hier schon wieder los? Ah, hallo? Ich hab mich auch umbringen, ne? Ich hab mich auch umbringen. Ah, was ist denn hier schon wieder los, ey? Ich hab mich überhaupt umbringen. Ah. Na los, er ist einfach abgehauen hier. Das ist ein Wünscheiß. Wollte mich aber sagen, ich beende die Partie. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wo wir halt nochmal versuchen können. Und ich bedanke mich allen Zuschauern und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Mond